Das erste Halbfinalspiel im UEFA Cup zwischen Casino Austria Salzburg und dem Karlsruher SC. Ich muss das auch sagen, wenn man sich die Leistung der Salzburger in Frankfurt in Erinnerung ruft, auch für Salzburg steht natürlich noch alles offen. Da sehen Sie Vini Schäfer, der wollte eigentlich schnell zu meinem Kollegen Uli Potowski kommen. Beglückwünscht erst noch mal auf dem Spielfeld seine Spieler, schickt sie in die Fankurve und ich glaube, jetzt wird er sich sicherlich auf den Weg machen zu Uli Potowski. Kurze, schnelle Stimme noch von Vini Schäfer. Wir hoffen es auf jeden Fall, der verabschiedet sich auch noch bei dem Schiedsrichtergespann, wie es sich gehört. Hat ja auch schon einiges mitgemacht, der Vini. 1979 UEFA Cup-Sieger mit Mönchengladbach. 403 Bundesligaspiele und ich glaube, das dauert dann doch so lange. Von daher verzichten wir dann in diesem Sinne auf die Stimme. Ich gebe mal runter zu Uli Potowski, der hat glaube ich noch ein paar Ergebnisse für Sie. Ja, so stehe ich denn nun hier etwas einsam in der Gegend herum. Ich kann Ihnen sagen, dass in der zweiten Fußball-Bundesliga heute Abend gespielt wurde, Rot-Weiß-Essen. Vorerst aber verfolgen wir die Salzburger noch bei ihrer Verabschiedungsrunde bei ihren Fans. Und wenn Sie ein bisschen Glück haben und alles stimmt. Und auch Vini Schäfer, der Trainer von Karlsruhe, bedankt sich bei seinen Fans. Ein sympathischer Ausgang dieses großen Fußballabends heute hier im Ernst-Happel-Stadion. Applaudieren Sie zu Hause auch ein bisschen. Sie haben sich's verdient. Ich, meine Damen und Herren, bedanke mich bereits für großes Interesse. Verabschiede mich von meinem Kommentatorplatz, sage auf Wiedersehen und auf Wiederhören beim Rückspiel. Und übergebe jetzt an Wolfgang Kutschi. So, und wir haben jetzt hier den Heribert Weber. Heribert, wieder eine große kämpferische Leistung. Für den Tor hat's heute leider nicht gereicht. Aber was bedeutet jetzt das 0 zu 0? Das 0 zu 0 bedeutet, dass wir auch in Karlsruhe eine große Chance haben. Es kommen wieder sehr gute, wichtige Spiele in die Mannschaft zurück. Leider Gottes habe ich wieder eine gelbe Karte bekommen. Ich bin gesperrt in Karlsruhe. Vielleicht ist es ein gutes Omen. Ich habe auch vor dem Frankfurt-Spiel die gelbe Karte bekommen. Und wir sind aufgestiegen. Ich hoffe, dass es uns noch gelingt. Wir haben heute wirklich alles gegeben. Danke dem großartigen Publikum. Danke wirklich den ganzen Fußballfans in Österreich, dass sie uns so unterstützt haben. Eigentlich sieht man, was man in Österreich im Fußball bewegen kann, wenn man eine solide, anständige Leistung bietet. Ich habe schon immer gesagt, die Leute wollen einfach sehen, dass jeder Einzelne am Platz 100 Prozent gibt. Mehr kann man nicht verlangen. Wir haben heute wirklich alles gegeben. Ein Grönchen Glück hat uns für das eine oder andere Tor gefehlt. Dieses Landes immer wieder betet und so die Sorgen des Landes mit hinein nimmt in den Gottesdienst.